Ja, diese Predigt von Johann Gerhard Onken, sie trägt den Titel Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder. Und diese Predigt wurde gehalten am 11. August 1867. Und es war eine Einweihungspredigt bei der Einweihung der Hamburger Missionskapelle. Der Vers, der der Predigt zugrunde liegt, ist Hebräer 13, Vers 8. Der lautet, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Das ist der leuchtende Stern, an dem sich unsere Seele weidet. Insbesondere am heutigen Tage, an dem es uns vergönnt ist, miteinander Einzug zu halten an dieser neuen Stätte der Anbetung. An dieses leuchtende Gotteswort haben wir uns geklammert in den vergangenen Zeiten. Es ist der Anker unserer Hoffnung gewesen und hat uns in allen Stürmen standgehalten. Preis, Ruhm und Anbetung dem, ihm, dafür, unserem Erlöser und Heiland. Von dem Tage an, da der Herr uns Freiheit geschenkt hat und unsere Sache herrlich geoffenbart hat vor den Augen der Welt, hat er große Dinge getan, der, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Er hat sich herrlich an uns erzeigt, zum Beweise, dass er unübertroffen ist in seiner Gnade, in seiner Güte, in seiner Liebe und in seiner Treue. Wir staunen, wir beten an, ob der großen, herrlichen Dinge, die unsere Augen gesehen und unsere Herzen erfahren haben. Die Freude und Barmherzigkeit, womit er uns überschüttet, ist fast nicht zu ertragen. Und wir möchten am liebsten heute hier zu seinen Füßen fallen, weinen und anbeten. Seine Güte überwältigt uns mit der Gewalt ihrer Wogen, die über uns hereinfluten. Sie ist, sie uns kräftigt in unserer Schwachheit. Und so kommen wir mit unserer Sünde, unseren Mängeln und Gebrechen vor Gottes Angesicht. Nicht uns, oh Herr, nicht uns, deinem Namen, gib die Ehre für deine Gnade und deine Wahrheit. Dein starker Arm hat uns zu Siegern für deine heilige Wahrheit gemacht und viele tausend Menschenherzen, die jetzt auf dem ewigen Weg zur Herrlichkeit sind. Herrlichkeit und Anbetung sei deinem Namen, oh Herr, für alle Zeichen und Wunder, die du getan hast, wie wir um uns her sehen, für alle die herrlichen Siege, die du allenthalben auf den Arbeitsfeldern gehalten, wodurch wir gestärkt und ermutigt worden sind in deinem Werk. Oh, hilf uns heute, am Tag der Freude, wo wir in Erhörung unserer schwachen Seufzer dieses köstliche Geschenk aus deiner Hand empfangen, dieses Haus, worin die Botschaft des Lebens verkündigt werden soll, dir uns ganz zum Opfer dazu bringen. Hilf und gib Gnade, dass wir von deiner Höhe allen Segen erwarten und dass wir es verstehen möchten, den rechten Gebrauch von deiner köstlichen Gabe zu machen. Amen. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berge und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Hafe danke, mein Gott. Mit diesem seligen Gefühl und Flehen halten wir Einzug hier in die uns vom Herrn geschenkte schöne Kapelle. Doch Geliebte in Christo, die höchste Freude am heutigen Tage haben nicht wir, die glücklichen Festgenossen, sondern die hat der dreieinige Gott. Und diese höchste Freude besteht nicht darin, dass wir, sondern dass er verherrlicht wird. Unsere Freude aber, die zwar keine geringe ist, besteht darin, dass nicht wir allein seine lieben Kinder sind, deren Namen er ins Lebensbuch getragen hat von Ewigkeit her, sondern dass Gott uns auch bis zu diesem Augenblick in der Gnade bewahrt und erhalten hat. Es ist heute hier eine große Schar teurer Gotteskinder an diesem Morgen versammelt aus allen Gauen, also Teilen, unseres lieben deutschen Vaterlandes. Und unter ihnen sind auch mehr als hundert Zeugen seiner ewigen Wahrheit, die das köstliche Evangelium verkündigen. Hundert Missionare. Diese sind seines Herzens Freude und Wonne. Und nicht allein aus dem deutschen Vaterlande sehen wir die Zeugen seiner ewigen Wahrheit. Hier unter uns, sondern von England und Amerika sind Brüder herübergekommen, teilzunehmen an unserer Freude. Unter diesen ist auch unser teurer, vielgeliebter Mr. Spurgeon aus London. Ferner sind auch aus allen Zweigen unseres Missionsfeldes Brüder hier versammelt. Nicht nur aus Deutschland, sondern aus Polen, Russland, Österreich, Dänemark, Holland, Frankreich, England, Schottland und auch zwei teure Brüder aus Nordamerika, die unsere Sprache reden. Sie sind unter uns. Nichts ist von so gewaltigem Interesse für die Ewigkeit als die Vereinigung der Kinder Gottes. Die sichtbare Vereinigung der Kinder Gottes ist die gewaltige Anziehungskraft, die alles kettet an den Herrn, der alles wirkt nach dem Rat seines Willens. Nach dem Wort, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Dies sind seine eigenen Worte, die sich noch immer herrlich bewahrheiten. In dieser gottgewollten Vereinigung tritt jedes Glied in lebendige Verbindung mit dem lebendigen Christus. Er, Christus, geht darin von Herz zu Herz und erfüllt alles mit seiner Gnade. So lasst mich euch denn herzlich willkommen heißen, ihr teuren Brüder und Knechte Jesu Christi, die ihr von nah und fern zu unserem Fest herbeigealt seid. Ja, seid uns willkommen, tausendmal willkommen im Namen unseres hochgelobten Herrn und Meisters, ihr Zeugen seiner ewigen Wahrheit, die ihr gewürdigt wurdet, im Ackerfeld des Herrn unter Mühen und Entbehrungen zu arbeiten und die Last und Hitze des Tages zu tragen. Schon euer Anblick erzeugt davon, dass ihr nicht zu den stummen Hunden gehört, die nicht bellen können, sondern dass ihr viel und wacker von dem treuen Heiland gezeugt habt. Und, oh, Anbetung seinem Namen, Jesus lebt, das hat sich in euren persönlichen Erfahrungen, in euren Kämpfen und Arbeiten wiederum als herrliche Wahrheit erwiesen. Es ist Jesu Leben für uns und in uns, dem wir unsere Erhaltung und Bewahrung und alles andere zu verdanken haben. Seiner belebenden Gnadenkraft schreiben wir es zu, dass wir inmitten so mancher Gefahren von innen und von außen so viele Siege gefeiert haben, dass so viele Tausende dem ewigen Tode entrissen und dem Bündlein der Lebendigen eingefügt wurden. Und von diesem Leben Jesu, Kraft seiner Herrlichkeit und Gnadennähe, erwarten wir auch unaussprechliche Segnungen an diesem heutigen Tage. Doch wir finden uns heute an dieser Stätte, wo uns der Herr zusammengebracht hat, veranlasst, unserem lieben himmlischen Vater gemeinschaftlich zu danken. Für all das Große, das Herrliche, das unsere Augen sehen, für das wertvolle Geschenk, dass er uns eine Wohnung bereitet hat. Um was wir ihn angefläht haben, das hat er über Bitten und Verstehen gewährt. Er hat uns dieses Haus zu einem dreifachen Zweck gegeben. Zuerst vor und allem, dass sein Sohn, unser Herr Jesus Christus, darin verherrlicht wird, sodass zweitens Gottes Kinder auf ihrer Reise zur seligen Heimat darin gegründet und gestärkt werden und drittens, dass viele Herzen, die dem Leben aus Gott bisher noch entfremdet sind, hier für ihn gewonnen werden. Also, erstens und vor allen Dingen ist der Zweck dieses Gebäudes die Verherrlichung des großen Gottes. Möge er dieselbe in Zukunft verwirklichen und immer solche als Zeugen seiner Wahrheit hier erhalten, die der Menge den Ratschluss Gottes zur Seligkeit klar verkündigen. Es ist köstlich für einen Zeugen der Wahrheit, das Bewusstsein zu haben, das mit der Bibel der unerschöpfliche Lebensquell in seine Hand gelegt worden ist. Und köstlich ist es, wenn er sich bestrebt, nichts anderes zu wissen, als das, was dieses Wort enthält. Dasselbe ist die einzige Autorität in Glaubenssachen. Wir erkennen keine andere menschliche Autorität an. Weder Rom noch Wittenberg noch irgendein anderer Ort hat für uns Wichtigkeit, wo es sich um die höchsten Lebensgüter der Menschheit handelt. Das Herrliche, was uns geworden ist in diesem Wort, das ist es, was wir immer besser zu erkennen und zu schätzen suchen. Das Menschliche von dem Göttlichen zu scheiden und an alles den Prüfstein der ewigen Wahrheit zu legen. Oh, wie köstlich ist es, mit dem Bewusstsein in dieses Haus einzutreten, dass der gekreuzigte und auferstandene Christus, der ganze Ratschluss Gottes zu unserer Seligkeit hier verkündigt wird und nichts von Gottes geoffenbarten Wort verschwiegen oder vorenthalten werden soll. Das Wort des lebendigen Gottes in seiner ursprünglichen Reinheit soll hier verkündigt werden. Kein Fündlein menschlicher Fantasie. Oh, wie herrlich ist es, dabei im Voraus auf die Erfüllung der Verheißung rechnen zu dürfen. Mein Wort soll nicht leer zu mir zurückkommen. Die großen Taten Gottes, die in diesem Raum werden verwirklicht werden, erfüllen mein Herz an diesem Morgen mit einer heiligen Freude. Und wenn mein Leben auch schnell zu Ende geht, der Herr wird darauf achten. Der Herr wird darauf achten, dass andere treue Zeugen auftreten und in diesem Haus stets Wahrheit, reine Wahrheit in Beweisung des Geistes und der Kraft verkündigt werde. Und das, solange noch zwei Steine auf dem anderen liegen. Ja, zweitens, die Absicht des großen Gottes ist zunächst die Erbauung, die Gründung und die Befestigung der Seinen in Gnade und Wahrheit. Denn so lautet Jesu Befehl. Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe. Lasst uns nicht versäumen, teure Brüder, Gottes Wort, das die Offenbarung seiner Gnade und Wahrheit enthält, zu diesem Zwecke, fleißig zu studieren, damit wir Jesu Schafen kräftige und gesunde Weide bieten können, auf das ihre Aussicht auf die ewige Herrlichkeit klar werde und das des Geistes heilige Hingabe, alle Beseele eifrig zu zeugen und zu opfern für den Heiland, in dem Maße, wie Kinder Gottes sich ihres Anteils an Christus und seiner Herrlichkeit im Glauben bewusst sind, so werden sie auch einen tätigen Anteil haben an der Ausbreitung des Reiches Gottes. Da, wo keine Lust und keine Liebe zum Heiland ist, da kann auch keine Kraft in den Herzen vorhanden sein. Wenn wir uns aber unseres Anteils an Jesus Christus gewiss sind, wenn unser Blick klar ist in die ewige Herrlichkeit hinein, sodass wir unsere Namen lesen können im Buch des Lebens, dann wird unser Geist rege und auch unsere Glieder werden lebendig werden im Namen, im Werk des Herrn. Ja, dann wird der Tag unseres Abscheidens von dieser Erde der seligste Tag für uns sein. Und dann, dann können wir nicht anders als die frohe Botschaft von dem, der uns glücklich und selig gemacht hat, der Welt zu verkündigen. Wir können nicht anders als zur rechten Zeit wie auch zur Unzeit unseren armen Mitmenschen das Heil anzupreisen. Und dies bringt mich zum dritten Zweck dieses Hauses, nämlich Sünder zu Christus zu führen. Der Herr hat uns erleuchtet, keine äußeren Zeremonien, weder Taufe noch Abendmahl als Ursache für unsere Seligkeit anzusehen. Wenn wir sie auch als verordnete Gnadenmittel hochschätzen, so machen wir doch keinen Christus aus ihnen. Das Leben der Welt um uns herum, es ist ein gottentfremdetes Leben. Der Abfall von Gott und seinem Wort, er nimmt immer mehr zu. Und die völlige Religionsfreiheit, welche wir genießen, sie offenbart denselben umso mehr. Die Sabbatschändung und die Sucht nach sinnlichen Vergnügungen wird je länger, je ärger, sodass unsere Missionsarbeit hier in Deutschland ebenso wichtig ist wie die Mission in heidnischen Ländern. Ja, in mancher Sicht ist in diesem modernen Heidentum ist es viel schwerer, dem beizukommen. Zum Beweise dieses modernen Heidentums dient die Tatsache, wie gering die Zahl derer ist, die noch den öffentlichen Gottesdienst besuchen. In Hamburg und Altona gibt es ca. 250.000 Einwohner und unter diesen sind nur etwa 4.500 die den Gottesdienst der Lutherischen Kirche besuchen. Aber ach, wie traurig sieht es auch bei vielen von denen aus, welche Herolde der Wahrheit sein sollten. Auf vielen Kanzeln wird kein lebendiger Christus gepredigt. Die Zahl der Zeugen der Wahrheit ist verhältnismäßig klein. Das ist eine betrübende Sache und möge sie uns ansporen, mit ganzer Entschiedenheit von Christus zu zeugen. Missionen wollen wir hier treiben, auch an dieser Stätte, darum soll dieses Haus den Namen Missionskapelle heißen, ja, tragen. Soll die Gemeinde hier erhalten werden, soll sie wachsen, so ist es notwendig, dass ihre Glieder den Samen der ewigen Wahrheit nach allen Richtungen hin ausstreuen. Lasst uns denn dieses Geschenk aus der Hand Gottes entgegennehmen, bereit, unsere daran geknüpfte Aufgabe mit seinem Beistand zu lösen. Wir treten nun gleichsam in einen neuen Abschnitt unserer Geschichte ein. Wenn wir alle so mit unserer Geschichte befreundet wären, wie einige wenige der älteren Mitglieder hier und ich, so zweifle ich nicht, so würde die Freude überschwänglich sein. So gestattet mir denn einen kurzen Rückblick auf unsere Vergangenheit. Nachdem der Herr, unser Gott, unser deutsches Vaterland durch Napoleon heimgesucht hat, dann aber auch von der Faust dieses Tyrannen befreit hat, da war ich in England im Jahre 1819 im zarten Alter von 19 Jahren zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen und trat bald darauf im Jahre 1823 in Verbindung mit der Missionsgesellschaft, die sich dort zu dem Zweck gebildet hatte, das Evangelium von unserer Seligkeit in Deutschland und den angrenzenden Ländern zu verkündigen. Diese sandte mich als Missionar in die Heimat. Klein war der Anfang und sehr gering waren die Mittel, die uns zu Gebote standen. Ich begann meine Wirksamkeit hier in Hamburg, in einem Haus, an dem zweiten Vorsätzen. Bald darauf, als es laut wurde, dass ein Engländer predigte, da trat die Verfolgung ein und es kam dahin, dass die Versammlungen verboten wurden. Damit begann ein trauriger Abschnitt unserer Geschichte. 20 Jahre lang hat uns der Feind von einem Winkel der Stadt in die andere verfolgt. In dieser Zeit mussten wir hinter verschlossenen Türen das Evangelium predigen. Leider war die lutherische Geistlichkeit die eigentliche Triebfeder dieser Verfolgung. Doch bewahre ich aus jener Zeit noch das Bild eines Mannes in dankbarem Andenken, der eine edle Ausnahme von der Regel bildete. Es ist mein lieber teurer Freund und Bruder Pastor Rautenberg, der jetzt schon in der Ewigkeit weilt. Dieser suchte mich immer zu verteidigen mit allen Kräften, die ihm zu Gebote standen. Als von anderer Seite alles aufgeboten wurde, den Lauf des Evangeliums zu hemmen, machte er entschieden Opposition dagegen. Doch alle Anstrengungen der Widersacher vermochten den Lauf des Wortes nicht zu hemmen. Es schritt mit unwiderstehlicher Siegeskraft voran. Ein stärkerer war und ist mit uns. Dieser zog ein Herr, seiner Wahrheit zu gut, um die Schwachen und Elenden, als die wir uns bekennen, beim Recht zu behalten. Es ist Jesus Christus, das Feld muss er behalten. Den Schutz, der uns jetzt zuteil wird, den haben wir ihm zu verdanken. Alle Siege schreiben wir der Allmacht seiner Gnade zu. Deshalb staunen wir und beten an, ob all der großen und herrlichen Dinge, die der Herr an uns getan hat. Dann darf ich nicht mit Stillschweigen übergehen, die gnädige Führung unseres Gottes, als derselbe die Gemeinde in Verbindung brachte mit unseren teuren Brüdern in Amerika. Dass Professor Dr. Sears von dort mit mir bekannt wurde, dass er das Werkzeug sein durfte zur Taufe der ersten Sieben und der Gründung der Hamburger Baptistengemeinde. Das führte zu der so bedeutungsvollen Verbindung mit der amerikanischen Baptisten Missionsunion, die bis auf den heutigen Tag fortbesteht und der wir sehr viel zu verdanken haben. Nachher traten die lieben englischen Brüder hinzu. Wenn wir uns der herrlichen Dinge freuen, die uns geworden und die die Zukunft noch bringen wird, so dürfen wir nicht den Dank vergessen, den wir den englischen und amerikanischen Brüdern schuldig sind. Mein Herz ist sehr voll, sodass ich euch wenig sagen kann. Gestern noch dachte ich, dass es mir nicht möglich sein würde, heute hier für euch zu erscheinen. Mein teurer Bruder Köpner wird an diesem Nachmittag zu euch reden und Bruder Spurtschen an diesem Abend. Ich bitte nun alle, welche Deutsch verstehen, am Nachmittag zu kommen und die Englisch Redenden sie lade ich zum Abend ein. Möge das köstliche Geschenk, das unser Vater im Himmel bereitet hat, mögen die großen herrlichen Taten, die er an uns getan hat, die rechte Wirkung auf unsere Herzen und unser Leben haben. Und dann, meine treuen Brüder, hoffen wir für die Zukunft. Unsere Verantwortlichkeit steigert sich nach dem, was Gott uns gibt. Er gibt uns heute sehr viel Gutes, Schönes und Herrliches. Wir waren vor 20 Jahren froh, wenn wir uns nur in einem engen Raum hinter verschlossenen Türen versammeln durften. Sehr oft hörte man damals die Äußerung über mich, dieser Kerl verdient den höchsten Geigen. Heute bringt uns der Herr zu Ehren. Lasst uns das würdigen und anerkennen. Die ersten apostolischen Gemeinden, sie grünten und blühten nur so lange, wie sie unter Druck waren. Die Verfolgungen haben das Volk des Herrn erhalten und sind gleichsam der Sauerteig gewesen, der sie durchdrungen hat. Wir gehen jetzt aber der Gefahr entgegen, groß zu werden in den Augen der Menschen. Lasst uns diese Gefahr nicht verkennen. Gott will keine Größe außer sich selbst. Die Größten unter seinen Kindern sind unendlich klein und unbedeutend ihm gegenüber. Unser Weg geht durchs Tal der Demut, wenn wir rechte Jünger sind. Der Herr helfe uns, dass wir uns vor ihm beugen. Mögen Herz und Mund überfließen von seinem Lob, ob Dinge, die er an uns getan. Der Grundton unserer Herzen sei das Gefühl und Bekenntnis von Jakob, als er endlich in die liebe Heimat zurückkehrte. Da er aus seinem Vaterlande vorzog, so hatte er nur einen Stab. Und als er zurückkam, so war aus ihm zwei Heerhaufen geworden. Da sprach er, ich bin nicht wert der Barmherzigkeit und Treue, die der Herr, mein Gott, an mir getan hat. Uns hat der Herr mehr gegeben als dem Jakob. Welch eine große Ehre hat der wunderbare Gott auf uns gelegt. Tausende und Abertausende haben durch uns die frohe Botschaft des Heils empfangen. Wer weiß, wie groß die Zahl derer ist, die ohne sich uns angeschlossen zu haben, als Frucht unserer Arbeit zur Rechten Gottes stehen werden. So wolle denn der hochgelobte Herr und Heiland sein Werk auch in Zukunft mit dem reichsten Segen krönen. Er wolle noch recht viele Arbeiter in seine Ernte senden, die dem zu leben, dem zu dienen brennen, der für uns lebte, litt und starb. Arbeiter, die bereit sind, um der Verherrlichung seines Namens Willen hier Schmach zu leiden, um dort zu genießen, die himmlischen Freuden des ewigen Lebens. Er gebe es uns, er gebe es um seines anbetungswürdigen Namens Willen. Amen.